Hallo, hier ist die Open Mind Trompete. KuchenTV hat ein Video gemacht mit dem Titel Wie viele Drogen nehme ich im Momentan? Und darauf reagieren wir jetzt hier auf Open Mind Trompete. Okay, war das cringe. Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei Alkuchen. Ja, es ist wieder so ein Video. Heute geht es mal darum. Ja, es ist wieder so ein Video. Anspielung auf Riso. Wie viele Drogen konsumiere ich, was will ich noch nehmen und so weiter. Und ich gehe genauso weit weg von der Kamera wie die Werbefreundlichkeit von diesem Video. Was geil ist, ihr hört mich ja trotzdem. Also ich kann mich theoretisch auch einfach hier hinsetzen, Jungs. Ist doch geil, oder? Was geht? Alles fit, oder was? So, ja. Ich habe ja schon mal ein paar Videos gemacht, wo ich halt auch offen damit umgegangen bin, wie mein Drogenkonsum so ist. Und ich kann es auch nur wiederholen. Ich bin mindestens mal für die Entkriminalisierung von jeder Droge. Ich finde, das meiste kann eigentlich auch erlaubt werden, weil das Gefährlichste sind halt einfach Streckmittel da drin. Man würde den Schwarzmarkt einfach schädigen. Ja, vor allem zur Zeit ist es ja scheinbar besonders schlimm mit den Streckmitteln. Und ich meine jetzt mal Real Talk, Jungs. Egal, welche Droge ihr nehmen wollt, es ist heutzutage überhaupt kein Problem, daran zu kommen. Also jeder kann sich ein Tutorial fürs Darknet angucken. In 10 Minuten habt ihr euch da LSD und sonst was bestellt. Gras kriegt man sowieso an jeder Ecke. Und so Dinge wie Alkohol oder Rauchen, zumindest Alkohol, ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schädlicher. Schädlicher, aber dafür halt gesellschaftlich akzeptiert. Da kommt natürlich auch immer auf die Dosis an. Eine Flasche Bier ist schon noch weniger schädlich als eine komplette Pille Ecstasy, würde ich jetzt sagen. Kommt immer auf die Mengen an. Und ich finde halt persönlich, wenn man halt dafür ist, dass alle Drogen legalisiert oder zumindest entkriminalisiert werden, dann sollte man halt auch offen damit umgehen, wie man selber konsumiert. Weil wenn man das halt offen in die Gesellschaft trägt, dann nimmt man dem ganzen Thema auch die Taborisierung. Weil es ja dann einfach normal in der Gesellschaft wird, dass man halt darüber... Ich finde es auch richtig cool von Tim, dass er da immer so drüber redet. An dieser Stelle will ich natürlich auch noch mal gerade für meine jüngeren Zuschauer sagen, lasst die Finger von Drogen und auch Alkohol... Ich sage es hier auch für meine jüngeren Zuschauer. Ich habe da ja nochmal so einen krasseren Einblick, weil mir ja unterschiedliche Leute über ihren Drogenkonsum schreiben, über ihre Drogenerfahrung, wie sie abhängig geworden sind und sowas. Und wirklich 90% der Leute, die mir schreiben, dass sie übelst krass abhängig geworden sind, die waren unter 20. Die Leute schätzen das und denken sich immer sowas wie, ah ja, ich bin besonders reif für mein Alter. Dann geht es nach hinten los. ... und Zigaretten sind Drogen. Wenn ihr keine 18 seid oder am besten eigentlich noch 21, um ehrlich zu sein, lasst die Finger davon. Es ist weder cool, Tilidin zu nehmen, noch ist es cool, MDMA zu nehmen. Es ist auch nicht cool, Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Lasst den Quatsch. Wenn ihr mit 18 oder 21 euch genug mit einem Thema auseinandergesetzt habt und dann für euch entscheidet, dass ihr Dinge ausprobieren wollt, bin ich dafür nicht zuständig. Aber gerade wenn ihr minderjährig seid, lasst es. Dann kommen wir mal zum Alkohol. Die gefährlichste Droge der Welt sozusagen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber vom Schädlichkeitspotenzial her, sowohl bei sich selber als auch bei anderen extrem hoch, liegt halt einfach daran, Alkohol ist halt ein Nervengift. Es greift jedes Organ des Körpers an. Es macht einfach sehr, sehr viel kaputt, gerade wenn man das halt häufiger konsumiert. Und ich meine, am nächsten Tag geht es einem ja auch einfach schlecht, wenn man zu viel getrunken hat. Und es hat auch ein hohes Schadenspotenzial bei anderen. Die Tatsache, dass Alkohol einem so viel schlechter geht nach einem Rauschen als im Vergleich zu anderen Drogen, vor allem sowas in Richtung Psychedelika, das ist ja, finde ich, schon nicht ganz unbedeutend. Ich glaube, nach einem Joint fährt keiner mehr freiwillig Auto. Ich kenne viele Leute, die betrunken noch gefahren sind. Und natürlich gibt es auch Leute, die aggressiv werden. Da kommen so Schlägereien oder man macht dumme Sachen. Ich meine, unter Alkohol, jeder hat schon mal komische Sachen gemacht, oder? An wie vielen Tagen die Woche oder im Januar habt ihr Alkohol getrunken? Oder dieses Jahr, von Januar bis jetzt. Schon mal künstliche Cannabinoide probiert? Ähm, nee, sowas, so eine Scheiße tue ich mir nicht an. Dann kommen wir mal zu den illegalen Drogen. Fangen wir am besten mal mit Gras an. Da werde ich auch oft gefragt, jo, wie sieht es da eigentlich bei dir aus? Da kann ich schon gleich direkt entsprechend meine Konsumrate nennen. Alkohol habe ich ja vorher schon gesagt. Vielleicht mal ein Glas Wein ab und zu. Bei Weed, das habe ich auch krass reduziert. Also so ungefähr zu den Zeiten, wo ich den Open Mind Kanal angefangen habe, habe ich da alle ein bis zwei Wochen, so am Wochenende. Wenn meistens so eine Party war. Man muss auch sagen, da war auch viel häufiger eine Party. So Studentenzeit und sowas. Man ist mit vielen Studenten befreundet und sowas. Ja, jetzt heute haben halt viele Freunde schon Kinder und so. Das ist nicht der einzige Grund, warum ich da wenig... Also irgendwie finde ich, Cannabis ist einfach überbewertet. Also ich finde den Rausch einfach jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ich muss sagen, ja, ich kiffe noch, gehe ich auch ganz offen mit um. Also ich finde gerade Gras, ist halt einfach dämlich, dass das illegal ist, muss man ja einfach mal genauso sagen. Ich kiffe jetzt aber nicht auf. Das Ding ist, bei mir kommt es halt wirklich darauf an, mit wem ich abhänge. Weil alleine zu Hause, ich habe nie Gras zu Hause, weil ich alleine auch nie kiffe. Deswegen macht das halt für mich auch überhaupt keinen Sinn. Ich habe deswegen halt auch mal eine Woche oder zwei oder auch mal drei Wochen, wo ich halt gar nichts konsumiere, weil ich einfach die Leute nicht treffe. Dann kann es aber zum Beispiel auch sein, dass ich auch mal in der Woche vielleicht zwei- oder dreimal einen durchziehe, weil halt einfach die Leute da sind. Wenn jetzt zum Beispiel Freunde übers Wochenende kommen, was weiß ich, dann kifft man Freitag, Samstag, dann habe ich vielleicht noch einen Kollegen in der Woche getroffen, mit dem ich halt einen durchgezogen habe und dann haben wir schon die dreimal. Also ich würde sagen aber so im Durchschnitt in der Woche vielleicht 1,4 Mal oder so. Ja, ungefähr, wenn nicht sogar ein bisschen häufiger, wie ich in dem Alter konsumiert habe, der Kuchen, der ist ja jetzt noch unter 25 oder wie alt ist Tim? 25 Jahre, ja, ja, ungefähr, so habe ich ihn geschätzt, ja. In dem Alter war es bei mir auch schon ein bisschen häufiger, muss ich sagen, aber... Wie gesagt, kommt halt immer drauf an. Man hat halt leider so seine Freunde gefunden, finde ich persönlich auch ein bisschen doof, da habe ich auch mit einem schon drüber geredet, dass eigentlich immer, wenn man sich trifft, konsumiert man halt entweder Alkohol oder Gras. Finde ich eigentlich auch nicht so geil, weil ich ertrage meine Freunde auch nüchtern, so ist es nicht, aber es hat sich halt irgendwie echt einfach so eingebürgert. Der Mensch ist sehr krass, ein Routinetier. Dass man dann halt mit den chillt und dann baut halt irgendwer einfach ein und dann ist man natürlich auch dabei. Ich habe deswegen auch mit einem Kollegen schon geredet, dass wenn wir halt zu zweit chillen, dass wir halt nicht mehr rauchen oder höchstens halt einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, weil auch das ist halt nicht cool. So, ne, man sitzt dann halt rum, ist halt bekifft, keiner hat mehr Bock, sich zu bewegen, man chillt halt einfach nur, toll. So, ich kann auch nüchtern das machen, dann können wir, keine Ahnung, Brettspiele spielen oder PS5 oder Switch oder whatever. Ich brauche diesen Rauschzustand da halt einfach nicht, ne, aber man ist dann irgendwie halt so drin. Aber wie gesagt, ich habe jetzt weder irgendwie Entzugserscheinungen, noch bin ich jetzt irgendwie süchtig danach, wenn ich jetzt mal nicht rauche oder so. Deswegen, also auch zwei, drei Wochen ohne ist für mich ja gar kein Problem. Kommt halt einfach extrem auf die Leute an, mit denen ich halt rumchille so, ne. Wie gesagt, wenn ich die nicht sehe, dann kiffe ich halt auch einfach nicht, ne. Dann kommen wir mal zu den illegalen Drogen. Also ich habe bisher nichts Neues ausprobiert. Ich bin auch ehrlich gesagt durch, weil Koks, kein Bock. Pep feiere ich auch nicht, sehe ich auch keinen Sinn drin, um ehrlich zu sein. Viele erwarten das von mir gar nicht, aber sowas wie Pep habe ich auch noch nicht probiert. Also ich habe einmal das Vivanse probiert, was ja schon sehr nah an Speed rankommt. Aber so Pep, das hat mich einfach noch nicht so interessiert, muss ich sagen. Und Koks, ich habe Koks zweimal in meinem Leben genommen. Wurde es mir ins Wurstbrot gemischt. Welche anderen Amphetamin-Sachen oder so bin ich nicht drin. So Teledin, Benzos und was es da nicht noch alles in der heutigen Zeit gibt. Ich kenne nicht, ich weiß nicht mehr, was die machen, Alter. Das ist irgendwie weird. Sowas gab es früher in unserer Jugend einfach gar nicht. Also da bin ich natürlich auch komplett raus. Habe ich auch, will ich mich gar nicht mit befassen, so gar kein Bock. Also haltet euch am besten auch einfach davon fern. Das Einzige, was ich noch ausprobieren möchte irgendwann, sind auf jeden Fall Pilze. Ja, Pilze. Ist ja auch, ist ja Natur, Digga, ist ja gut. Gut, nein, da würde es mich auf jeden Fall interessieren, weil das soll wohl teilweise so eine Mischung aus LSD und MDMA so sein. Was? Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass ich überhört habe, wir jetzt über 2CB reden, aber reden immer noch über Pilze. Wer sagt denn, dass es eine Mischung aus MDMA und LSD ist? Und finde ich auf jeden Fall interessant. Natürlich jetzt nicht mit einer Hochdosierung, sondern wirklich halt super wenig. Einfach mal gucken, wie ist das so. Also Tomatolix hat dazu ja auch schon mal ein Video gemacht. Der hat ja auch schon mal Magic Mushrooms genommen und sah eigentlich interessant aus, wie er dann so die Grashalme und sowas angeguckt hat. Und das könnte ich mir bei mir auch ganz, ganz chillig vorstellen. Aber jetzt auch nicht heute oder morgen, sondern ey, wenn das dieses Jahr passiert, okay, wenn das in 5 Jahren... Ja, also ich mache es auch immer so ganz entspannt. Es gibt so ein paar Substanzen, die ich immer noch so probieren will. So, keine Ahnung, irgendwie denke ich mir manchmal, ich will noch Mescalin. Obwohl ich Mescalin theoretisch schon probiert habe. Ich habe schon 50 Milligramm Mescalin probiert, aber ich will auch mal so die 100. Passiert ist auch okay, aber irgendwann will ich das auf jeden Fall einen Tag mal ausprobieren. Da bin ich auf jeden Fall drin. Ja, dann habe ich ja auch schon mal so Sachen wie LSD und so genommen. Da hat sich meine Meinung nicht geändert. Also der Trip war einfach kacke. Man hätte wahrscheinlich ein besseres Set auf jeden Fall wählen können, als das, was wir da halt hatten. Gebe ich auch ganz offen zu. Da haben wir bestimmt auch ein paar Fehler gemacht. Aber der Rausch geht mir auch zu lange. Der geht ja bis zu 12 Stunden. Ja, 12 Stunden, das ist schon heavy, muss man sagen. Also das stört mich schon auch ein bisschen bei einem Asset raus. Obwohl ich auch schon Zeiten hatte, wo ich es auch ganz cool fand, dass es so lang ging. Das ist mir zu viel. Du musst mir überlegen. Das ist halt ein halber Tag, den du halt drauf bist. Und das war einfach nur anstrengend. Also auch da nie wieder. Ich habe irgendwie die Hoffnung gehabt, dass ich so eine geile Eingebung bekomme, dass ich so jetzt weiß, dass sich mein Mindset so ändert, dass ich dann voll der Worker bin oder so. Das ist leider auch nicht passiert. Also hat sich das wirklich überhaupt nicht gelohnt. Das Einzige, was dann bei mir noch auf der Liste steht, ist MDMA. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im letzten Video habe ich gesagt, dass ich das nicht mehr so häufig mache. Und das ist tatsächlich auch immer noch so. Ich habe das letztes Jahr einmal genommen an einem Abend. Und das Jahr davor, glaube ich, zweimal oder so. Das ist auf jeden Fall eine vernünftige Konsumrate. Also ich habe schon seit zwei Jahren kein MDMA mehr genommen. Auf jeden Fall habe ich das da halt dann so gut wie gar nicht mehr genommen. Es ergibt sich einfach nicht. Ich meine, es ist ja gerade sowieso Corona. Das heißt, man trifft sich sowieso nicht mit so vielen Leuten. Dann ergibt sich das halt einfach nicht. Ich habe das dann letztes Jahr einmal gemacht mit einem Kollegen. War sehr geil. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, haltet euch von MDMA fern und so. Wenn ich aber von meinen Erfahrungen rede, muss ich halt einfach sagen, ich kann da nichts Negatives sagen. Ich hatte noch keinen Bad Trip. Ich hatte noch keine Probleme. Es ist immer schwierig. Man will solche Drogen nicht verherrlichen. Aber ich muss halt einfach sagen, ich hatte noch keine negative Erfahrung mit MDMA. Wie viel Alkohol konsumiert ihr so im Jahr? Da war jetzt die Umfrage. Also die meisten auf jeden Fall weniger als zehnmal. Krass. Also es hat dafür gesorgt, dass ich teilweise mit Freunden einfach eine innigere Beziehung habe. Dass die Freundschaft einfach so gefestigter ist. Ja, man ist halt einfach gut drauf. Also ich bin ja auch so gut drauf. Aber es ist einfach nochmal so was anderes. Aber wie gesagt, also lasst euch nicht von einem Erfahrungsbericht oder sowas linksen. Guckt, es gibt ja Leute, die Bad Trips haben oder die davon abstürzen. Achso, seit Anfang des Jahres stimmt. Das war ja die Frage. Aber stand in der Frage nicht im Jahr? Das ist ja beim ersten Mal sterben. Also ich kann euch zum Beispiel die Videos von Open Mind dazu empfehlen. Und was ich euch auch empfehlen kann, auf jeden Fall, Tomatolix hat dazu auch ein Video gemacht. Und ich meine, der hat ja auch gezeigt, es ist halt faktisch gesehen einfach kaum schädlich, wenn man das halt richtig benutzt. Man kann halt beim ersten Mal quasi auch direkt sterben, wenn man quasi auf den Stoff so allergisch ist, sage ich mal. Bin ich ja jetzt offensichtlich halt nicht. Aber es ist zum Beispiel halt lustigerweise echt deutlich weniger schädlich als Alkohol. So, wenn du jetzt wahrscheinlich so eine Studie machst und jemand nimmt alle vier, fünf, sechs Monate immer MDMA und der andere trinkt irgendwie, ja dann wahrscheinlich zwei, drei Mal im Monat oder so, wäre dann das normale Benutzen von Alkohol. Glaube ich, sieht dein Körper nach fünf oder zehn Jahren vom Alkohol deutlich schlimmer aus als von MDMA so. Ich weiß jetzt nicht, was ihr da für einen Vergleich jetzt genommen habt, ob der jetzt passt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt Alkohol und LSD vergleichen würde. Ja, was ist, wenn du vergleichst, jeden Tag LSD nehmen mit jeden Tag Alkohol nehmen? Das Ding schon bei LSD ist, dass du es gar nicht jeden Tag nimmst. Das gleiche bei Ecstasy. So, vergleichen wir jeden Tag Ecstasy nehmen, bis jeden Tag Alkohol nehmen. Alkohol kann man schon relativ leicht jeden Tag nehmen. Bei Ecstasy, da musst du schon übelst süchtig davon sein. Und da muss ich auch sagen, also ich werde das auch weiterhin nehmen. So gehe ich auch ganz offen mit. Ich persönlich mag den Rausch halt einfach. Das ist ja genauso mit Alkohol. Es gibt ja auch Leute, die trinken auch. Da ist ja auch dann irgendwo der Rausch dahinter. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja ich nehme MDMA dafür, dann wird man halt direkt von der Gesellschaft so angegriffen. Und wie gesagt, ich will daraus halt einfach kein Tabuthema machen. Also klar, ich werde jetzt nicht öffentlich posten, wenn ich das nehme. Ich finde, das geht keinem was an. Aber grundsätzlich bin ich halt offen auf jeden Fall dafür. Ich würde schon gerne ein Video sehen, wo er so übelst truff ist. Seit wann redet Kuchen so offen über seinen Drogenkonsum? Das hat er schon immer gemacht. Er hat vor drei Jahren schon Videos zu MDMA gemacht. Das sind auf jeden Fall so die Drogen, die ich noch nehme oder generell so mein Drogenstand. Wie gesagt, ich gehe offen damit um, weil ich finde, es sollte kein Tabuthema sein. Das ist genau wie mit Geld. Ich verstehe auch nicht, warum Geld ein Tabuthema ist. Und sei der erste Schritt zur Veränderung. Mach selber anders. Vielleicht bringst du andere dazu, auch offener damit umzugehen. Wie gesagt, kommt natürlich darauf an. Nehmt keine Drogen. Egal welche auch. Kein Alkohol oder so. Wenn ihr Probleme habt, kann ich euch nochmals jetzt einen Tipp mitgeben. Die Probleme sind trotzdem da. Vielleicht verdrängt ihr die oder macht dann sogar noch dumme Aktionen. Also wenn ihr wirklich Probleme habt, haltet euch von Drogen fern. Ja, sag mal, keine Ahnung, nehmen wir an. Gina, verlässt mich, nimmt Noah mit so. Dann würde ich hier nicht sitzen und Emma nehmen. Dann würde ich wahrscheinlich heulen und ihr müsst halt nicht dann halt damit klarkommen. So, weißt du, man muss das halt wirklich nüchtern verarbeiten. Also versucht bitte keine Drogen zu nehmen, wenn ihr Probleme habt. Da wollte ich auch irgendwann ein Video dazu machen zu dem Thema. Drogen nehmen in schwierigen Situationen. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht noch 2CB oder sowas auf der Liste hat. Da sieht man, dass meine Videos nicht beeinflussen. Also von der Droge habe ich ja irgendwie immer so ein bisschen am ehesten positiv reden. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er sich da versprochen hat. Er sagt sowas wie Pilze und dann sagt er eine Mischung aus MDMA und LSD. Ich glaube, der wollte noch 2CB sagen. Schreibt in den Chat, wenn ihr ein Video sehen wollt, wie Kuchen und ich 2CB nehmen. Sowieso wollte ich ja das Ganze mit dem guten Yin Kalle. Der ist sowieso die ganze Zeit live auf Instagram. Ich muss da echt mal dem auf Instagram schreiben.